Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel wichtige Ereignisse und Jahreszahlen des Altertoms beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise wo du den Text bzw das Skriptum zum Video und Übungsmaterial finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Dauer wichtiger Epochen vor, während und nach dem Altertum. Die Epoche der Urgeschichte dauerte von den ersten Menschen bis ca. 3000 v. Chr. Die Epoche des Altertums dauerte von ca. 3000 v. Chr. bis ca. 500 n. Chr. Die Epoche des Mittelalters dauerte von ca. 500 n. Chr. bis ca. 1500 n. Chr. Das Entstehen der ersten Hochkulturen. Um die Zeit um 3000 v. Chr., also etwa 5000 Jahren, begann in Ägypten am Fluss Nil und in Mesopotamien, an den Flüssen Euphrat und Tigris, dem sogenannten Zweistromland im heutigen Irak, die Phase des Altertums. Da um 3000 v. Chr. in Ägypten und Mesopotamien, dem sogenannten Zweistromland, unter anderem die ersten besonders großen Siedlungen und Städte der Geschichte entstanden, spricht man in diesem Zusammenhang von den ersten Hochkulturen, ersten Hochkulturen, die Griechen im Altertum. Ungefähr 2500 v. Chr. entstand im heutigen Griechenland auf der Insel Kreta die erste Hochkultur Europas. Da in einem der auf Kreta errichteten Paläste der Sage nach König Minus lebte, wurde diese Kultur später als minoische Kultur bezeichnet. Als Zeichen der gemeinsamen Verehrung ihrer griechischen Götter wurden im Griechenland im 8. Jahrhundert, 776 v. Chr., auch sportliche Veranstaltungen wie die ersten Olympischen Spiele durchgeführt. Den Griechen waren ihre gemeinsamen Spiele im Hinblick auf ihren Zusammenhalt so wichtig, dass es ihnen während dieser Zeit verboten war, gegeneinander Krieg zu führen. Die Griechen siedelten im ersten Jahrtausend v. Chr., unter anderem im Gebiet des heutigen Griechenlands und an den Küsten der Türkei. Es gab damals nicht einen einzigen großen griechischen Staat, in dem alle Griechen gemeinsam zusammenlebten, sondern sie lebten voneinander getrennt in verschiedenen, sogenannten Polyis, Mehrzahl von Polyis. Unter einer Polyis verstammt man einen meist kleinen griechischen Stadtstaat, der das Gebiet in der Umgebung der eigenen Stadt beherrschte. Die Perserkriege. Das Perserreich bestand im 5. Jahrhundert v. Chr., unter anderem bereits aus Ägypten, Kleinasien, der heutigen Türkei, dann Mesopotamien und Persien. Das ist das Gebiet des heutigen Iran. Im 5. Jahrhundert v. Chr. versuchten die persischen Herrscher, die letzten von den Griechen besiedelten Gebiete zu erobern. In diesen sogenannten Perserkriegen gelang es den Griechen, trotz mancher Niederlagen die Angriffe der Perser abzuwehren. Bis Perser in der Schlacht bei den Thermopylen, bei denen die kleine Anzahl von ca. 1000 Griechen beim Gebirgspass der Thermopylen vom weitaus mächtigeren persischen Heer mit über 50.000 persischen Soldaten erst nach etwa drei Tagen besiegt wurden und es so den anderen Griechen ermöglichte, sich nach Athen zurückzuziehen. Andererseits kriegsentscheidend waren letztlich aber die Siege der Griechen in der Nähe der Stadt Athen in der sogenannten Schlacht beim Marathon und der Seeschlacht bei Salamis. Die griechischen Polis konnten durch ihren gemeinsamen Kriegserfolge ihre Unabhängigkeit gegen die Perser verteidigen. Die Entstehung der Demokratie im Athen des Altertums. In der griechischen Stadt Athen konnten während des 5. Jahrhunderts vor Christus zunehmend größere Teile der Bevölkerung Einfluss auf politische Entscheidungen, wie zum Beispiel die Höhe der Steuern und gegen welche andere Polis Krieg geführt werden sollte erreichen. Anfänglich war es nur den Besitzenden und nicht den Ärmeren möglich mitzubestimmen, was in Athen politisch geschehen sollte. Obwohl letztlich nur die freien Männer, ein geringer Teil der Athener und nicht die Frauen und Sklaven mitbestimmen konnten, wurde diese Art zu regieren schon damals als Demokratie bezeichnet. Der Begriff Demokratie kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet übersetzt Herrschaft des Volkes. Die Art wie eine Stadt oder ein Staat regiert wird, wird auch als Regierungsform bezeichnet. Das Weltreich von Alexander den Großen. Der griechische König Alexander aus Makedonien, einem historischen Gebiet einer Polis im Norden des heutigen Griechenlands, errichtete an der Spitze eines griechischen Heeres unter anderem durch seine Siege gegen das Perserreich unter seinem König der Reihe aus den Dritten ein Weltreich. Alexander starb im jungen Alter von erst 32 Jahren in Babylon im heutigen Irak und sein Reich zerfiel in kleinere Teile. Aufgrund seiner großen militärischen Erfolge und seinem enormen Einfluss auf die Menschen seiner Zeit, wurde Alexander bis heute vielfach mit seinen Beinamen Alexander der Große bezeichnet. Das Entstehen der Römischen Republik. Die sieben Hügel, auf denen sich das heutige Rom befindet, wurden erstmals um das Jahr 1000 vor Christus besiedelt. Der Sage nach wurde Rom im Jahr 753 vor Christus, es gibt ja den Spruch dazu, 753, Rom aus dem Ei, von den beiden Zwillingen Romulus und Remus gegründet. Beide Kinder waren angeblich noch als Säuglinge am Fluss Tiber ausgesetzt worden und von einer Wölfin gesäugt worden. Die Etrusker waren ein Volk im heutigen Mittel- und Norditalien, das dort in Nachbarschaft zu den Römern lebte. Ab der Zeit um 600 vor Christus wurde Rom zu einem Königreich, das von einem etruskischen Herrscher regiert wurde. Mit der Vertreibung des letzten etruskischen Königs um 500 vor Christus wurde Rom eine unabhängige Republik. Die Regierungsform, also die Art wie ein Land regiert wird, verändert es sich von einer Monarchie zu einer Republik. In einer Monarchie herrscht ein König oder eine Königin allein. In einer Republik wird das Land von mehreren Personen regiert und muss aber nicht zwangsläufig eine Demokratie sein, wie wir sie heute erkennen. In einer modernen Demokratie dürfen alle Menschen unabhängig von ihrem Einkommen und Geschlecht ab einem bestimmten Alter, das sogenannte Wahlalter, wählen und gewählt werden. Für alle Menschen eines demokratischen Staates gelten gleichermaßen grundlegende Menschenrechte, wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, das Recht auf Eigentum und das Verbot von Folter und Sklaverei. Die römische Republik des Altertums wurde nicht von Menschen regiert, die mit Hilfe demokratischer Waffen waren. In Rom hatten die adeligen Männer die sogenannten Patrizier die größte Macht. Einige dieser Patrizier versammelten sich als sogenannte Senatoren im Senat und entschieden über die Gegenwart und Zukunft ihres Landes. Frauen hatten im alten Rom, wie auch im demokratischen Athen, keine Möglichkeit politisch mitzubestimmen, wie sich ihr Land weiterentwickeln sollte. Die Mehrheit der meist ärmeren Römerinnen und Römer, die sogenannten Plebeer, hatten kaum Möglichkeiten, die Gegenwart und Zukunft ihres Volkes mitzubestimmen. Das Ende der römischen Republik und das Entstehen des Kaiserreichs. Aus den zahlreichen Eroberungen konnten im 2. Jahrhundert vor Christus vor allem die schon bisher reichen adeligen Römer, die Patrizier besonderen Nutzen ziehen, da sie viele Sklaven aus den eroberten Gebieten auf ihre großen Landgüter, die Latifundien, arbeiten ließen und so zahlreiche bisher dort arbeitende Römer, das sind die Plebeer Römer, das sind die Plebeer, arbeitslos wurden. Da zahlreiche arme römische Kleinbauern, auch wieder Plebeer, nur kleine Anbauflächen hatten und über keine Sklaven als Arbeitskräfte verfügten, konnten sie nicht so günstig produzieren wie die großen Latifundien der reichen Römer und konnten deshalb weniger ihre Produkte verkaufen. Im Laufe der Zeit verschuldeten sich viele römische Kleinbauern, mussten ihre Bauernhöfe aufgeben und an reiche Römer verkaufen und mit ihren Familien in die Städte abwandern. Da viele Römer verarmten und die Reichen, also die Patrizier zusehends noch reicher wurden, kam es zu Protesten und Aufständen der armen Bevölkerungsmehrheit, die aber gewaltsam von Söldnern der Patrizier niedergeschlagen wurden. Einige Senatoren, die bisher einflussreichsten Männer Roms, wollten in der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus verhindern, dass der vom Senat, einer Versammlung römischer Adeliger, zum Diktator auf Lebenszeit gewählte Julius Cäsar, der lebte von 100 vor Christus bis 44 vor Christus, römischer König wird, die Republik beendet wird und der Senat dadurch endgültig an politischen Einfluss verliert. Cäsar wurde deshalb von ihnen im Jahr 44 vor Christus ermordet. Nach dem Mord an Cäsar kam es innerhalb des römischen Reiches zu Bürgerkriegen, an denen zehntausende Soldaten beteiligt waren. Octavian, der lebte um die Geburt Christi, er war ein Adoptivsohn Cäsars, gelange schließlich in einen Bürgerkrieg mit seinen Verbündeten die Mörder des römischen Diktators zu besiegen. Der Octavian, für sich die Alleinherrschaft, erreichen wollte, kam es wiederum zu kämpfen mit seinen ehemaligen Verbündeten. Octavian konnte sich gegen seine Gegendatur Einherrscher werden. Octavian erhielt vom Senat, den er von nun an vollkommen beherrschte, den Ehrentitel Augustus, was übersetzt der Habene bedeutet, verliehen. Augustus wird häufig als erster Kaiser Roms bezeichnet. Das deutsche Wort Kaiser und der russische Begriff Cäsar für die russischen Herrscher wird vom Namen des römischen Machthabers Julius Cäsar her abgeleitet. Unter Augustus wurden im Jahr 15 vor Christus Gebiete südlich der Donau im heutigen Österreich an das römische Reich angeschlossen. Im Gebiet des heutigen Österreich entstanden im 1. Jahrhundert nach Christus südlich der Donau die drei Provinzen Rezien, Norikum und Pannonien. Die römische Armee konnte bis ins 5. Jahrhundert nach Christus größere Teile ihrer drei Provinzen im Gebiet des heutigen Österreich kontrollieren. Völkerwanderung und Untergang des weströmischen Reiches. Um ca. 100 nach Christus erreichte das römische Reich seine größte Ausdehnung. Germanische Völker wie zum Beispiel die Goten, Langobarden und Franken versucht in Europa über Jahrhunderte hinweg immer wieder in das römische Reich einzudrängen, um selber einen Anteil am Wohlstand der Römer bekommen zu können. Diese Versuche der Einwanderung, kann man auch als Migration bezeichnen, in das römische Reich durch germanische und auch asiatische Völker vom 4. bis 6. Jahrhundert nach Christus wird heute als Völkerwanderung bezeichnet. Da ein kleineres Gebiet besser überblickbar und damit einfacher verwaltbar und besser gegen äußere Feinde verteidigbar war, wurde das römische Reich im 4. Jahrhundert nach Christus in ein west- und oströmisches Reich geteilt. Das west- und oströmische Reich wurde jeweils von einem Kaiser regiert. Als das asiatische Reitervolk der Hunnen unter ihrem Anführer Attila vom Osten her nach Europa kamen, vertrieben sie germanische Völker aus ihren Siedlungsgebieten. Es kam zur sogenannten Völkerwanderung. Erst im Jahr 451, also im 5. Jahrhundert, konnte eine gemeinsame Armee von Römern und Germanen die Hunnen in einer Schlacht im heutigen Frankreich, der sogenannten Schlacht auf den katalonischen Feldern, entscheidend besiegen. Das west-römische Reich war durch die Auseinandersetzung während der Völkerwanderung so sehr geschwächt wurden, dass noch im 5. Jahrhundert, also im Jahr 476, der letzte weströmische Kaiser, Romulus Augustulus, von germanischen Söldnern, Söldner sind eben Männer, die ursprünglich für Geld für die Römer gekämpft haben, unter ihrem Führer Odoacker abgesetzt und in die Verbannung geschickt wurden. Damit endete das weströmische Reich. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um die ersten Hochkulturen und ihre Merkmale.